Ich habe eine Pflanze gebaut, die jeden Anschreit, der vorbeiläuft. Ich bin auch am überlegen, ob es eine der besten oder eine der schlechtesten Ideen meines Lebens ist. Es könnte beides sein. Aber es ist auf jeden Fall... Toll! Get up! Ouch! Get up! Ouch! Halleluja! Hey! Son of a biscuit eater! Das Ganze läuft über verschiedene Sensoren. Also wir haben hier einmal ein Bodenfeuchtigkeitsmesser, um zu gucken, ob die Pflanze Wasser braucht. Ein Modul, um MP3-Sounds draufzuladen und abzuspielen mit Lautsprecher. Ein Bewegungsmelder, damit das Ding nicht die ganze Nacht rumschreit. Das läuft mit viel, viel Kabelsalat. Ja, so könnte man das formulieren. Mit viel Kabelsalat dann in den Arduino Uno, der das steuert. Und ich liebe dieses Projekt. Wie ihr hört, ist es einfach nur toll. Sehr kommunikativ. Und toll. Die einzige Möglichkeit, das Ding zum Schweigen zu bekommen, ist es zu lief. Nicht nervig. Aber nur toll. Ich bin stolz. Wenn ihr bei der Konstruktion von solchen Projekten dabei sein wollt, dann könnt ihr mich auf Twitch besuchen. Da bin ich dreimal die Woche live. Und es läuft immer alles nach Plan. Weil bei sowas läuft immer alles nach Plan. Das ist super. Da kann man sich drauf verlassen. Das ist toll. Das ist toll.